Dann heißt es immer Frank. Ich verstehe nichts von dir nicht. So wie ich gesagt. Was ist das hier? Hoodie? Ja, Hoodie. V. V. Follade. Sieht echt lecker aus. Geschmolzen. Schaut mal viel versprechend aus. Kuss mal. Ja, natürlich ich zuerst, oder wie? Weih, das ist ja nicht mehr stabil. Ich probiere es einfach. Das ist richtig gut. Das ist alles, was ich eigentlich nicht in meiner Schokolade haben mag. Ja. Es ist wie Schokobanane mit Erdbeer und Graus. Weißt du, was will das erinnern? An diese Osterhasen in die Innereien. Osterhasen in die Innereien. Osterhasen in die Innereien. Weiß nicht, warum meine ich? Das ist wie Osterhasen. Das ist komische Glitchi. Glitchige Osterhasen in die Innereien. Das wird nicht besser mehr. Nomm, Nomm. Wolltest du es kosten? Bon Pari. Bon Pari. Original. Barveno. Rie... Was sagst du das? Du nächstes Karamese besser werden. Okay. Okay. Schaut mal. Ich glaube, es wird das. Was sagt es so? Mh. 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 Boah. Ja, ja. Oh, wie schön war. Mh. Oh, wie schön. Oh, wie schön war. Mh. 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 Schmeckt aber nicht so wie die normalen Zufel, die natürlich hätte. Mh. In der Nähe schon. Wann? Hör mir jetzt nicht gals. Was? Ja, ich hab doch von zu... Ja, ich hab hier gekriegt. Nein, nein. Ja, ich hab gar Tra... Die haben gar Tra... Die... ...ジャ... ...주... Was? Was? Was ist das denn? Ich hab gedacht, das ist so ein Kuchen. Das ist wie Klumpen an Schoko. Ich hab Angst. Was heißt, das schaut nicht schlecht aus? Ich hab so einen Bock. Das riecht wie Lebkuchen. Ja, das ist wahr. Aber hast du irgendwie eine Sehschwäche? Das schaut echt sehr schlecht aus. Kostmann. Nein. Nicht Kostmann. Ja. Schmeckt wie Lebkuchen. Ich mag eine Lebkuchen. Nein, ich muss nur ein Kostmann. Aber es ist okay. Ich will fahr da Lebkuchen. Na ja. Nicht so gut. Ja, komm. Oh nein. Ich glaub, das schmecken wir. Lukienki. Kummochips? Keine Ahnung, was das ist. Hier soll ich noch mal an. Ich ess das nicht. Was ist das? Wirklich ein Urkel. Das schmeckt wie Bombeeren. Mit... Mit... Pass auf. Pass auf. Mit Hummer. Das ist irgendwie aus einer extrem eigenartigen Kornlisstein. Schmeckt wie Styropor. Ist irgendwie gut, aber irgendwie scheiße. Schmeckt wie Styropor. Drei Sachen haben wir noch. Marta oder wie heißt sie? Jetzt nimm mal die Margot. Margot Artemis. Es gibt eine Margot. Es ist auch von diesem Orion-Teil. Nein. Ich mag sie. Nein. Es ist von Nestle. Es ist von Nestle. Ja, es muss gut sein. Es ist... Danke, dass du ganz alleine essen. Es riecht irgendwie nach oben. Es riecht irgendwie nach oben. Es riecht irgendwie nach oben. Ja, süß. Ich dachte, ich muss mir Kokos. Mmm, Kokos! Das war absolut kein Kokos. Oh ja, es ist... Kokos. Kunter Kokos. Ja. Ich weiß nicht. Oh, jetzt ist Kokos drin. Aber, weiß ich nicht. Slowakisches Foto. Ganz offen. Entschuldigung. Nehmen wir das jetzt. 20% gratis. Das ist schon ganz weich. Das war Klassik. 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 Da sind wir die Leute aus der Kinderwerbung noch lieber. Ja. 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 Bäh. 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 Das ist ja ganz weich. Bäh. 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 �도er Croquat. Bäh. Ich weiß nicht wo was es ist. Das hat doch hinterher fliehen. Ja. Das steht noch ins Hinterkopf. So sieh, ich glaube es kocht. Bäh. Glaubst du, dass? Das ist eine komische Schnitte. Mh. Die meine Kraft. Das gut. Oh Gott. Brackne. Ja. Ich liebe das.